Die ganze Familie ist quasi bei uns, die Mama ist mit dabei und Julienne, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, ihr macht eigene Songs, aber eben auch, wie wir gerade gehört haben, Cover-Songs. Jetzt gibt es gleich nur Roots, eigentlich ein Song von Alice Merton. Warum habt ihr euch den ausgesucht? Wir finden den Sound einfach toll. Es ist so klar und gut und wir finden es toll, daraus eine eigene Bluegrass-Version zu machen, denn dann bekommst du einen besonderen Flavor. Ihr seid zum ersten Mal in Deutschland. Was ist am Besondersten im Moment für euch, dass ihr hier unterwegs seid? Was fällt euch auf? Ganz ehrlich gesagt, wir finden das Essen super und die Kultur ist toll, aber unser Konzert und da die Fans zu sehen und die Leute, die so wild applaudiert haben, toll. Wir haben schon gehört, besonders gut sind Sie tatsächlich bei einem deutschen Publikum angekommen. Schön, dass Sie jetzt hier bei uns in Deutschland sind im ARD-Morgenmagazin The Peterson. Danke. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Musik Musik